Alle mal herhören. Ich werde das hier nur einmal erklären. Innerhalb der Kampfzone kämpfen zwei Armeen darum, Sektoren zu erobern und zu halten. Es wird so lange gekämpft, bis eine Seite keine Verstärkungen mehr hat und sich zurückziehen muss. Das war's. Also, wie erobert man Sektoren? Ihr holt euch einen Sektor, in dem ihr die Ziele darin sichert. Um ein Ziel zu sichern, müsst ihr alle Gegner ausschalten. Hält eine Seite alle Ziele in einem Sektor, geht er als erobert. Wenn ihr mehr Sektoren als der Feind haltet, verliert dieser Verstärkungen. Treibt also die Ressourcen des anderen Teams auf, um die Schlacht zu gewinnen. Ihr könnt dem Feind zwar zusetzen und seine Verstärkungen zermürben, aber hauptsächlich müsst ihr Sektoren halten, um Spiele zu gewinnen. Alles klar? Also, Augen aufs Ziel, Leute. Bewegt euch!